ARD Text im Auftrag von Funk Komm schon, das kriegen wir hin. Ich mach mal kurz, hab ich ja noch ein bisschen. So. Oh, ich rieche dich. Kannst du nur mal deinen Satz sagen. Nun, ich würde da ungerne gegen dich. Oh, ich spitze. Okay, jetzt rass dich mal zusammen. Ja, ganz genau. Okay. Oh, komm. Okay, ich hab's. Echt? Mhm. Ich hatte es. Ich hab ihn gleich. Andersrum. Okay. Das ist doch eigentlich gar nicht so lustig, oder warum? Ich muss jetzt an was Schlimmes denken. Und los. Okay. Wer sagt denn, dass ich dich überhaupt leiden kann? Oh, das tust du. Und andererseits möchte ich ungern meine zukünftige Freundin als Chefin bekommen. Was? Das ist der Kühle. Danke. Danke. Ja.